Musik Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Pressekonferenz von Landesrat Christian Buchmann in Bruck an der Mur. 25 Jahre HGA Plus auf Burg Oberkapfenberg gefeiert und das Wetter morgen wechselhaft und kalt. Tourismus-Landesrat on Tour. Landesrat Christian Buchmann statterte der Hochsteiermark einen Besuch ab. Viel hat sich in den letzten Jahren im Bereich des Tourismus getan. Einst war nur die Region um Schladming bekannt. Kaum jemand im Norden Deutschlands kannte die steirischen Regionen. Mit vereinten Kräften und ausreichender Kreativität hat man sukzessive ein touristisches Fenster in alle lebenswerten Vorzüge auch anderer Regionen gefunden. Die Hochsteiermark ist mittlerweile zum zentralen Erholungsgebiet in der Obersteiermark geworden. Gott sei Dank hat sich einiges geändert. Wir sind eine sehr innovative Wirtschaftsregion. Wir leben vom Export der tollen Produkte und Dienstleistungen unserer Wirtschaft und unserer Industrie. Und das ist eine zusätzliche Einkommensquelle mit dem Tourismus entstanden, die wir hegen und pflegen und ausbauen wollen. Jetzt ist es so, dass es verschiedene Regionen und Steierungen gibt, die sozusagen schwerpunktmäßig Gäste aus den verschiedensten Ländern holen. Das ist richtig. Dazu gehört auch die Hochsteiermark dazu. Wir haben aus Deutschland natürlich ein großer Gäste. Wir haben sehr starken Zuzug aus Österreich, aus den Bundesländern Wien und Niederösterreich. Aber die Steirer kommen auch sehr gerne in die Hochsteiermark. Und es spielen auch die Gäste aus Ungarn oder aus der Tschechei eine große Rolle. Und die wollen wir auch weiterhin gerne zu uns einladen. Früher war es so, dass man gesagt hat, die Wintersaison ist die Saison der Saisonen. Jetzt gibt es doch auch schon die anderen Zeiten wie Frühling, Herbst. Die Steiermark ist ein ganz Jahresurlaubsland geworden. Wir haben natürlich im Winter sehr attraktive Angebote, aber das gilt auch für Sommer, Herbst und Frühjahr. Und jeder, der unsere Thermenlandschaft beispielsweise kennt, jeder, der spürt, welche Freizeitbetriebe wir haben, jeder, der das Mainland im Herbst lebt oder auch die Kulinarik der Hochsteiermark spürt, da ist viel los, da kann man Urlaub machen, da kann man sich erholen und da kann man genießen. Ist der Begriff Obersteiermark schon vergessen und hat man sich schon sehr auf den Begriff Hochsteiermark konzentriert? Ich glaube, dass jede Region ihre Marke prägt und die Hochsteiermark hat sich gut entwickelt in den letzten Jahren. Es ist, glaube ich, ins Bewusstsein der Menschen in der Region eingedrungen, dass es die Hochsteiermark ist, genauso wie es das Enztal gibt oder die Südsteiermark oder auch das Murtal. Also jeder kann stolz sein auf seine Region und für den Gast ist ja weder weniger der Name das Entscheidende, sondern für die Qualität zählt die Qualität, das Angebot, die Herzlichkeit der Menschen, die Kulinarik, alles das, was er mit allen Sinnen erleben kann. Gibt es noch Baustellen? Baustellen gibt es hoffentlich viele im Land, weil wo es viele Baustellen gibt, da gibt es viele Menschen, die auf diesen Baustellen arbeiten können. Und gibt es noch Wünsche, die Sie haben, die Sie doch nicht erfüllt bekommen haben? Naja, es kommt zwar das Christkind, aber natürlich kann man mit mehr Treibstoff noch mehr bewegen. Ich sage immer dazu, mit viel Geld kennen uns alle, mit knappen Mitteln nur die Besten und wir wollen bei den Besten sein. Noch etwas besonders Lobenswertes? Buchmann startete das Programm für die Förderung der barrierefreien Zugänge in Tourismusbetrieben. Es ist 25 Jahre her, dass Rudi Böllerbauer sich entschlossen hat, Kaffee- und Getränkeautomaten vorwiegend in Unternehmungen, Gastronomie und öffentlichen Institutionen zu vermieten. Das Unternehmen heute beschäftigt 20 Mitarbeiter, bietet ein 24-Stunden-Service und das Steiermark weit. Inzwischen ist HGA Plus für viele ein unverzichtbarer Partner für Heißgetränke und Kaffeeautomaten, Snackautomaten sowie ein gesamter Betrieb kann automatisiert verpflegt werden. Auch die Gastronomie zählt zum Kundenkreis. Grund genug, 25 Jahre HGA Plus zu feiern. Und so hat die Familie Böllerbauer langjährige Kunden auf die Burg Oberkapfenberg eingeladen, um sich für die Kundentreue zu bedanken. Kapfenbergs Bürgermeister war ebenfalls unter den Gratulanten. Ich freue mich, dass HGA Plus, aber dahinter stehen ja Namen. Die Familie Böllerbauer, Rudi und Renate diese 25-Jahr-Feier heute begehen. Das zeigt, dass sie vor 25 Jahren einen schwierigen, aber richtigen Entschluss gefasst haben und das Unternehmen in diesen 25 Jahren so ein Top-Unternehmen gemacht haben. Dazu muss man gratulieren und dabei kann man auch feiern. Eine Urkunde der Wirtschaftskammer überreicht vom Regionalstellenobmann Erwin Fuchs soll an diese 25-Jahr-Feier stets erinnern. Ja, das ist sehr positiv, weil der Rudi Böllerbauer mit seiner Familie bzw. mit seiner Firma hat zwischenzeitlich auf 20 Mitarbeiter aufgebaut und 25 Jahre klassische Familienarbeit, Familienleistung. Das ist natürlich für unsere Region eine tolle, tolle Leistung und wir sind ihm sehr dankbar dafür. Eine besondere Überraschung gab es für 25 Jahre Kundentreue, einen goldenen Kaffeebecher. Das ist der goldene Kaffeebecher dafür, dass wir eigentlich zu den ältesten Kunden der Firma HGA gehören und ich glaube seit 25 Jahren steht ein Kaffeeautomat der Firma HGA Plus auf der Bezirkshauptmannschaft in Bruck und natürlich auch mit Zuschlag in unserer Außenstelle. Heute ist HGA Plus ein unverwechselbarer Begriff, aber wie hat das eigentlich begonnen? Vor 25 Jahren war ich nur bei der Firma Böller beschäftigt und damals hatten wir bei der Firma Böller keinen gut funktionierenden Kaffeeautomaten und dann haben die Lehrlinge mich gebeten, ich soll einen Automaten aufstehen und so ist das eigentlich entstanden. Dass diese Idee ein Erfolg dieser Größenordnung werden soll, war damals nicht abzusehen. Das habe ich zuerst nicht geglaubt, ich habe immer geglaubt, das mache ich so nebenbei, weil ich bei der Firma Böller eine sehr gute Arbeit gehabt habe und da war ich sehr zufrieden war. Aber das hat sich dann so entwickelt und immer weiterentwickelt und weil ich heute sehr dankbar bin dafür. Und ja, jetzt sind wir so, dass wir eben 1500 Automaten haben und das in der ganzen Steiermark und das war damals, glaube ich, schon die richtige Entscheidung. Hinter einem erfolgreichen Mann steht bekanntlich eine starke Frau. Das waren sehr lange, sehr viele intensive Jahre und man merkt nicht, wie die Zeit vergeht. Das ist, wenn mein Mann jetzt diese Geschichtenrevue passieren lässt bei der Ehre und der Kunden, da kommt man vor, das war erst gestern. Dass ein Unternehmen dieser Größenordnung nur mit kompetenten und motivierten Mitarbeitern auch erfolgreich sein kann, liegt auf der Hand. Von den Mitarbeitern hängt alles ab, weil wir unsere 24-Stunden-Hotline auf dem aufgebaut haben, dass wir ständig und immer zur Verfügung stehen, wenn Störungen auftreten, wenn es Probleme gibt. Und wenn die Mitarbeiter nicht an demselben Strang ziehen wie wir, lässt sich das nicht verwirklichen. Bleibt noch die Frage, was wünscht sich Rudi Böller-Bauer für die Zukunft? Nur mit so treuen Kunden und so guten Kunden kann man eine Firma aufrechterhalten. Vielen herzlichen Dank dafür und ich bitte um weitere Treue und um weitere gute Zusammenarbeit. Bleibt nur noch der Spruch, täglich ein Genuss, Kaffee von HGA Plus. Ab jetzt, MEMA TV auch auf Facebook. Ihr findet uns und unsere aktuellen Sendungen unter www.facebook.com. Wir warten auf eure Likes. Heute war es nach Auflösung der Nebelfelder wieder sonnig und die Werte stiegen auf plus 15 Grad. Morgen wird das Hoch etwas schwächer. Es gibt mehr Wolken und die Werte liegen um die plus 14 Grad. Untertitelung des ZDF für funk, 2017